Hallo liebe Läuferin, ein dünnes Langarmshirt für die warmen Tage? Genau das bietet dir Nike mit dem Racer Longsleeve. Vielleicht fragst du dich, warum du gerade an warmen Tagen ein Langarmshirt anziehen sollst. Die Antwort ist ganz einfach, als Sonnenschutz. Das Shirt enthält nämlich einen hohen UV-Schutz. Und gleichzeitig ist es so locker und luftig, dass du nicht so schnell überhitzen kannst. Das Longsleeve ist mit der Dry-Fit-Faser von Nike ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit sofort nach außen weitergegeben wird, wo sie schnell verdunsten kann. So kannst du immer angenehm trocken trainieren. Für noch mehr Belüftung ist der gesamte Rückenbereich mit einem großen Mesh-Einsatz ausgestattet. Mit der tollen knalligen Farbe und den schönen Farbakzenten bist du topmodisch unterwegs und das Shirt sieht wirklich toll aus. Das Nike Racer Longsleeve ist ein leichtes und luftiges Shirt, das du nicht nur an warmen Tagen, sondern das ganze Jahr über anziehen kannst und es prima mit den Jacken und anderen Textilien aus der gleichen Kollektion kombinieren kannst. Du bekommst es natürlich in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.